Musik Hi und herzlich willkommen zum Adventskalender Rätsel Nummer 18. Ich bin Magda und das Rätsel des Tages heißt Der sehende Blinde. Das ist wieder eher ein Rätsel für Fortgeschrittene, also ich warne schon mal, es ist nicht so super einfach, man muss schon sehr logisch denken, aber dann ist es eigentlich auch machbar. Stellt euch vor, ihr habt drei Wichtel, Wichtel A, B und C. Von Wichtel C wisst ihr, dass er blind ist. Und dann gehen diese drei Wichtel zum Wichtelmützenschrank. Der Schrank ist ziemlich dunkel, das heißt, die können da gar nicht richtig gut reingucken, aber sie wissen, dass in dem Schrank drei lilane Mützen und zwei rote Mützen drin sind. Und dann geht jeder da hin, nimmt sich eine Mütze raus, setzt die auf und danach stehen sie da vor dem Schrank, haben jeder genau eine Mütze auf und sehen nur die Mützen von den jeweils beiden anderen Wichteln. Und dann sagt der erste Wichtel, sagen wir Wichtel A, ich weiß nicht, welche Farbe meine Mütze hat. Natürlich, die anderen beiden Mützen hat er ja gesehen. Daraufhin sagt Wichtel B, natürlich, nachdem er A und C nochmal angeguckt hat, ich weiß auch nicht, welche Farbe meine Mütze hat. Und wo das der blinde Wichtel hört, da sagt der blinde Wichtel, also C, dann weiß ich jetzt aber, welche Farbe meine Mütze hat. Und die Frage an euch ist, welche Farbe hat die Mütze von Wichtel C? Und wie konnte er das rausfinden? Nach den anderen beiden Mützen wird nicht gefragt, ne? Nur nach der Mütze von C. Denkt mal ganz in Ruhe drüber nach, braucht man eine Weile, analysiert wirklich jede Aussage von den Wichteln und dann, glaube ich, könnt ihr euch das mittlerweile ganz gut erschließen. Viel Spaß beim Rätseln, schöne Adventszeit und wenn ihr Lust habt, bis morgen. Musik 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 Musik